Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, bei einer weiteren Ausgabe des Schaubefehl-Podcasts, wo sich zwei Dudes Filme hin- und herschieben, die der jeweils andere noch nicht kennt. Heute geht es in die, ja, in die Hochkultur der 90er, in einer äußerst seltsamen Variante, sowie in ein Land, in dem laut des Films, den ich mir für heute angeguckt habe, wohl anscheinend unendlich viel gesoffen wird. Aber neben mir, Matze, sitzt natürlich am anderen Ende der digitalen Leitung der Shakespeare-Experte André Hecker. Guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Matze. Wie geht es Ihnen an diesem frivolen Tag? Herr Matze. Was ist denn dieses Karstadtdeutsch? Man könnte auch denken, jetzt gerade, wo du über das Land ausgereden hast, dass es Deutschland ist, aber nee, es ist nicht Deutschland. Nee, ja, wir haben Bierfest, wir haben Oktoberfest, aber ich würde spontan vermuten, dass so der Pro-Kopf-Verbrauch an Alkohol bei unseren dänischen Nachbarn vielleicht höher ist. Keine Meinung nach, weiß ich gar nicht. Also ja, gerade in Skandinavien wird ja schon gerne gebächert, Finnland auch ganz krass, aber ob mehr als in Bayern, weiß ich nicht. Bei Bayern reicht es ja für uns quasi hoch mit. Ich habe dazu auch durchaus eigene Anekdoten mitgebracht, die bei dem Film, glaube ich, durchaus wichtig sind. Aber dazu dann später mehr. Erstmal hast du dich mit einem Film rumgeschlagen, der, ich glaube, mehr 90er geht nicht. Und tatsächlich war ein Freund meinerseits, du hattest es dir überlegt, im Savoy, im Kino. Und ich hatte ihn extra schon vorgewarnt und er meinte, egal was ihr hättet sagen können, nichts hätte mich darauf vorbereitet, was mich da erwartet hat. Und ich weiß ja schon ungefähr, in welche Richtung es geht, deswegen bin ich gespannt. André, Romy und Julia. Ja, also deswegen erstmal auch, also A, ich war nicht im Savoy, wie in der letzten Folge noch gemunkelt, weil ich hatte keinen Bock. Beste Begründung. Ja, ich bin ehrlich, ich hatte einfach keinen Bock. Aber ich habe am selben Abend trotzdem DiCaprio gefrönt, denn ich habe Titani geguckt, an dem besagten Abend, wo er im Savoy lief. Ist ja auch gut. Kontrastprogramm. Genau. Und außerdem nochmal dazu, also heute so ein bisschen so mal die eine Folge, wo wir so die goldene Regel unseres Podcasts, die eigentliche Idee, so leicht ausgehebelt haben, weil ich kannte den Film halt schon. Aber ich habe wirklich, also wie so immer, wenn du Filme sehr lange nicht gesehen hast, ich habe bestimmt 20 Jahre nicht gesehen, du guckst ihn dann, dann fallen dir natürlich wieder Sachen ein, du merkst, ah ja doch, das habe ich schon, das kann da wieder im Kopf gehabt und die Szene kann ich nicht mehr erinnern und so. So war es auch hier. Also deswegen war es so ein halber Schaubefehl. Aber ich habe gesagt, wir lassen es gelten, weil ich ihn wirklich seit den 90ern nicht mehr gesehen habe. Das nur nochmal dazu. Ja. Romeo and Juliet oder Romeo and Julia, 1996 von Bess Lerman. Wir haben geguckt jetzt auf Disney Plus, wo er streamt, im Abo, ansonsten gibt es auch eine Blu-Ray von 20th Century Fox oder jetzt eben auch in dem Sinne Disney, ganz normal zu erwerben. Der Film hat eine FSK-Freigabe ab zwölf Jahren. Ist das diesmal diskutabel? Eigentlich nicht. Nicht so richtig, es gibt zwar Blut im Film, aber durch die ganze Kontextualisierung finde ich es in Ordnung. Ja, auf den Cast und so kommen wir gleich. Der Film hat auf Letterboxd eine 3,4 von 5, was ich nicht verstehe, aber ist in Ordnung. Auf der IMDb eine 6,7 von 10. Das Budget waren 14 Millionen Dollar und am Box-Office hat er gemacht 67 Millionen Dollar, was für den Erfolg des Films auf jeden Fall spricht. Und bevor ich an meine Rewatch-Erwartungen rangehe, einmal der Plot für alle, die das Stück nicht kennen. Dazu muss ich auch nachher noch was sagen. Offizielle Beschreibung von Disney zum Film. Die beiden Kinder der Oberhäupter zweier verfeindeter Familien in Verona, den Montagues und den Capulets, verlieben sich unsterblich ineinander, ohne die Familienzugehörigkeit des anderen zu kennen. Als sie die wahre Identität des jeweils anderen herausfinden, scheint das ihrer Liebe noch zu beflügeln und schon wenig später lassen sich Romeo und Julia heimlich trauen. Als jedoch Tybalt Capulet davon erfährt, eskaliert der Streit zwischen den Familien. So simpel wie bekannt. Ja. Sollte man meinen, ne? Sollte man meinen zumindest, ja. Ja, meine Erwartungen, wie gesagt, des halben Schaubefehls. Ich wusste ja noch so ein bisschen grob, dass er auf jeden Fall sehr wild ist und auf jeden Fall auch sehr schmonzig. Genau das habe ich auch erwartet. Wilde Schmonzerei. Dass so viel Schnulz, viel Geknutsche und viel Schmutz und das Ganze verpackt in einem, ja, irgendwie Action-Korsett. Das hatte ich auch noch so halb im Hinterkopf. Aber ich war schon eingestellt auf viel Romance, viel schnulzige Blicke und den ganzen Kladderadatsch, den so eine Verfilmung natürlich mit sich bringt. Die wichtigste Frage am Anfang. O-Ton oder Synchro? Sowohl als auch. Ich habe in O-Ton gestartet, war dann aber so genervt, dass ich auf Deutsch geswitcht habe, weil ich mir gedacht habe, wenn ich das Geferse schon aushalten muss, dann will ich es auch komplett verstehen und nicht immer nochmal mit dem dritten Ohr hinhören, weil es schon echt anstrengend ist, muss ich zugeben. Weil normale Filme auf Englisch gucken, kein Problem, aber auch da, ich muss halt auch aktiv wirklich aufpassen. Ist halt jetzt nicht wie Muttersprache, wo man auch am halben Ohr hinhören muss. Wenn ich alles verstehen will, dann konzentriere ich mich natürlich voll auf den Film, was man ja eh generell tun sollte. Aber hier war es echt so, ich war so, okay, entweder Subtitles oder Deutsch. Und ich hatte richtig keinen Bock auf Lesen, weil ich auch ein bisschen Kopfschmerzen hatte an dem Tag, wo ich ihn geguckt habe. Ich war so, nee, komm, dann gucke ich auf Deutsch. Das ist der perfekte Film für Kopfschmerzen. Also sie wurden nicht besser, das ist schon mal ein Spoiler. Aber ja, ich habe beides. Also ich habe die ersten 20 Minuten, glaube ich, auf Englisch geguckt und die erste halbe Stunde dann umgeswitcht, weil es mir zu anstrengend wurde. Und ich muss sagen, also rein für die Verständlichkeit ist Deutsch hilfreich. Die Synchro ist auch völlig in Ordnung. Also DiCaprio und Co. sowieso, deutsche Synchronstimmen, alle super. Das funktioniert. Im O-Ton hat das nochmal eine andere, natürlich andere Schauspielwirkung, wie immer. Aber gerade auch DiCaprio schon mal vorweg, da auch super einfach, rein vom Schauspiel her, von seiner Erzählkunst so. Das macht er wirklich, wirklich gut. Da gibt es nichts. Aber ja, deswegen habe ich dann nochmal geswitcht, weil es mir einfach dann mit der Verssprache zu anstrengend wurde auf Dauer. Ja. Ja, was macht der Film denn so besonders in seinen 90er Jahren? Er erzählt natürlich die klassische Geschichte, die man eben kennt oder auch nicht. Auf jeden Fall die klassische Romy-Lüder-Geschichte in einer Crime-Story. Ja, es gibt halt die zwei Familien, die sind so ein bisschen aufgebaut wie so Mafia-Clans halt, ne? Die Oberhäupter sitzen zu Hause in ihren fetten Villen und die Kinder fahren mit Lowrun durch die Straßen und machen einen auf dicke Hose so, ne? Und allein die Opening-Sequenz an dieser Tankstelle, die ist so unfassbar drüber, ja? Also da konfrontieren sich eben zwei Lager der Capulets und Montaguus und liefern sich eine wilde Schießerei direkt mal zum Auftrag des Films, der übrigens, die Szene dauert vielleicht, keine Lass mich lügen, sieben Minuten oder sowas. Und sie haben halt für die Szene sieben Drehtage allein gebraucht, nur um diese Tankstellen-Szene zu inszenieren. Und was als erstes natürlich auffällt, ist dieser unfassbar hyperaktive audiovisuelle Stil des Films, ja? Also im YouTube-Zeitalter spricht man von Jump Cuts, ja? Und das ist hier wirklich nicht mehr in Worte zu fassen. Kamera-Zooms, die aber dann mit Schnitten unterbrochen werden und wieder weiter zoomen und auf Gesichter, auf Pistolen, auf den Boden, aufs Gesicht, auf die Pistolen, aufs Gesicht. Du bist so, Leute, entspannt euch doch mal. Es ist so unfassbar anstrengend. Allein dann dazu noch das ganze Geschrei und natürlich das Ganze in der Verssprache gehalten und das zusammen, da bist du erstmal so die ersten Minuten im Film, bist du, Leute, halt, stopp. Vielleicht sollten wir da, weil du immer von Verssprache sprichst, der Film benutzt den Originaltext. Das ist es halt, was da eben so ist. Und wenn mich, genau, deswegen gesagt, du bist ja hier, du hast mich natürlich hier fälschterweise als Experte vorgestellt, natürlich in so einer satirischen, belustigten Art. Aber sind wir ehrlich, du bist der Experte natürlich selbstverständlich, wie jeder unserer ZuhörerInnen weiß. Wenn ich meine Recherche richtig gemacht habe, dann nennt sich das, ist es korrekt, Jambischer Fünfheber, dieser Stil? Der Originalstil von Shakespeare? Da ich tatsächlich in, zumindest wenn es um Gedichte ging, im Lyrikunterricht tatsächlich mehr auf Durchzug geschaltet habe, kann ich dir das nicht beantworten. Okay, also Wikipedia sagt das jedenfalls. Aber es ist auf jeden Fall, es ist mehr Begriffe, also es kann sehr gut sein. Also es ist wohl, dass es jedenfalls das Original, den Shakespeare geschrieben hat und direkt jetzt Funfactant daher, es ist zwar der Originaltext, aber den einzigen richtigen Versbau quasi des ganzen Films nutzt nur Pete Postlewaite, der hier den Vater Lawrence spielt, der spricht halt den Text wirklich so in diesem Originalversbau, wie ihn Shakespeare gemacht hat. Alle anderen Charaktere machen das nicht, sondern sprechen eine abgewandelte Form wohl. Ich glaube, es ist halt wohl auch wichtig, weil bei Jambus und Trocheus und so, da geht's halt um Rhythmus. Ja, genau. Und gerade wenn du so einen Film hast, wie du ja schon meintest, der super, super krasselisiert ist, dann kriegst du den Rhythmus deiner Sprache ja sehr, sehr schwer auf die Schnitte, die so ein Buzz Lerman da setzt. Genau. Also wenn man jetzt, das könnte man dann am ehesten mit Baby Driver vergleichen, dass da sind ja die Schnitte und Action-Szenen auf die Musik draufgeschnitten. Genau. Und das hätte man da über die kompletten Dialoge machen müssen dann. Das ist, glaube ich, ein Aufwand, der nicht möglich gewesen wäre. Nicht möglich würde ich nicht sagen, aber er wäre immens gewesen. Auf jeden Fall halt nur Pete Postlewaite, der spricht wohl halt auch rhythmisch in diesem Stil, den Shakespeare quasi genutzt hat. Einst alle anderen sind, also nutzen quasi den originalen Text, aber nicht in diesem Rhythmus, den du gerade benennst. Genau. Und ja, wie gesagt, also der ganze Stil, der audiovisuelle Stil des Films ist halt wirklich, wirklich abgedreht. Also das hat wirklich sowas von Early Tarantino, aber halt so auf Speed. Es ist schon sehr exzentrisch, auch sowas Farben angeht, was Kostüme angeht, was Haarstyling angeht. Es ist halt außerordentlich extrovertiert, der Film, was halt erstmal schon überrumpelt. Ich finde, man kommt da rein nach einer Zeit, aber es ist schon sehr, sehr anmaßend extravagant, kann man schon fast sagen. Dazu kommt ja auch, dass halt, wie gesagt, Kostüme und auch halt Waffen vor allem im Film ja auch sehr viele, sag ich mal, Easter Eggs nutzen oder beziehungsweise sie wollen stilistisch sich natürlich auch dem Original so ein bisschen annähern. Denn zum Beispiel Waffen im Film tragen halt so Namen, die auch dann eingraviert sind. Die heißen dann irgendwie so Dagger oder Longsword, ja. Und tatsächlich, das merkt man ja auch und das fand ich auch so krass, das hatte ich auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass ja auch Charaktere bei den Shootouts zum Beispiel ja mit den Waffen auch so ein bisschen duellierend spielen. Also die Pistolen werden fast geführt wie Schwerter, so ein bisschen, so leicht fast schon tanzend so ein bisschen. Das fand ich halt abgefahren. Also die Idee mag ich total. Das ist schon ein cooles Gimmick, wie man sich halt irgendwie abhebt davon, halt natürlich ein reiner Actionfilm zu sein, sondern das ganze Shakespeare-Thema dann auch sich so ein bisschen anzueignen. Das fand ich echt spannend hier. Und der gute... John Legosiamo. Legosiamo, genau. aus Tybalt, der hat ja sogar irgendwie Flamenco-Kurse dafür genommen, damit er diesen Waffentanz machen kann und so was. Oh, ich liebe ihn aber auch, wenn er da auf die Knie geht und alles, das ist so großartig. Ja, mit seiner Jacke und so. Ja, ja. Das ist schon, wie gesagt, das gebe ich dem Film sehr. Also dieser ganze audiovisuelle Input, er ist anstrengend, aber ich gebe dem Film auf jeden Fall seine Kreativität. Oder natürlich auch Mercutio, also Harold Perrineau, den mag ich eh total gerne. Große Liebe immer noch für ihn in Lost damals, da habe ich ihn damals kennengelernt. Super Schauspieler. Und also A, er ist ja eine komplette Drag-Queen fast schon im Film, also sein ganzes Outfit ist ja stark an so Drag angelehnt. Finde ich mega. Ist ja auch durchaus wohl in Shakespeare-Studien immer so ein Thema, weil jetzt Mercutio tatsächlich homosexuell ist und auf Romeo steht. Genau, und das ist einfach diese, ja genau, das ist ja dieses Ding, also sie haben eine extrem intime Männerfreundschaft, aber sie könnte auch darüber hinausgehen, rein theoretisch. Und das halt in seinem extrobitierten Charakter hier so, in seinem exorbitant auffallenden Charakter ist halt mega. Also diese ganzen, diese kreativen Einflüsse, die habe ich schon sehr aufgesogen, weil das muss man ihm geben, auch wenn er da wirklich teilweise übertreibt, was die ganze Stilistik angeht, so gerade im Schnittbereich, diese Details, die da drin liegen und die ihm dann wichtig waren, um diesen, diesen Flair zu erzeugen, dass wir es halt jetzt nicht hier, das ist halt kein, also rein von der Crime-Story her, so könnte das auch irgendwie ein, weiß ich nicht, Snatch sein oder so, ja. Aber natürlich, ähm, natürlich ist die, ist die, ist diese Detailverliebtheit, die er dann eben übertragen will auf diese Romeo und Julia-Geschichte, die gebe ich ihm komplett. Also das ist wirklich clever, das ist auch wirklich gut gemacht und das ist sehr kreativ und ideenreich. So, auf der Seite, muss ich sagen, ähm, war ich schon, war ich schon investiert und habe ich dem Film einige Pluspunkte dazu gerechnet, aber... Es ist halt immer noch ein Shakespeare-Stück, ne? Ich muss halt wieder sagen, es ist einfach wirklich, DiCaprio hat auch so einen Hang dazu einfach. Äh, gerade in den 90ern hat der ja auch vor allem den Hang dazu. Ich meine, wie gesagt, ich habe gerade Titanic geguckt, dann an diesen besagten Abend. Titanic ist auch ein großartiger Film und ich muss auch sagen, den finde ich deutlich besser als Romeo und Julia, allein was den ganzen Aufwand nochmal angeht und so. Aber auch da, man hat ihn halt natürlich gerne besetzt, wenn es halt schmonzig werden soll, weil das kann er halt leider auch, aber es ist halt auch echt, es ist dann wieder too much. Also diese ganze, natürlich diese ganze Love-Story mit Claire Danes, die ist, die tropft halt aus allen Ecken. Das ist halt so triefig, romantisch, kitschig, äh, überspielt, ähm, dass... Das ist halt die OG-tragische Romanze. Ja, ja, total, aber, ja, 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 aber nein. Es war, es ist too much, ey, es ist, es ist so, es springt mir ins Gesicht, ich will es nicht, geh weg, ähm, äh, es ist, es ist, es ist mir viel, es ist mir zu, zu kitschig, also zu drüber. Mal, ich verstehe, warum es so sein muss, die, die, diese innige Liebe, die sie quasi auf den ersten Blick fühlen und der, die ja auch dann einfach sich so auf die Spitze treibt, musst du natürlich irgendwie so drüber inszenieren, damit sie glaubhaft ist, aber es ist halt so unfassbar ansteigend zu gucken, fand ich. Und, ähm, dazu kommt dann... Und du musst es ja eigentlich auch so inszenieren, weil der restliche Film ja auch so krass drüber ist. Ja, ja, genau. Und wenn dann die Liebesgeschichte nochmal drüber sein soll. Du musst halt alle Emotionen ständig verstärken nochmal. Und das ist halt schon echt, boah, ey, das ist wirklich, ich fand's schwer zu gucken einfach. Und dann dazu, dann da drauf noch gelegt, diese, diese Reimvers, äh, Stilistik, Sprachstilistik, holy shit. Aber nach dem halben Film hab ich gefühlt, dachte, ich hab irgendwie auch Sport gemacht. Es ist, ich weiß, ich bin da vielleicht auch vielleicht ein bisschen Kunstbanause, aber ich kann mir das nicht anhören. Nee, ist ja okay. Ich, 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 diese Dialoge im Film, die kommen halt links rein und gehen rechts raus. Und dazwischen passiert halt nichts. Weil, also ich weiß nicht so blöd, die zu verstehen, aber ich, ich, aber ich find sie einfach unfassbar nichtssagend. Also, äh. Nichtssagend ist arg. In meiner Welt nichtssagend. Dann hängt sie halt da am Fenster und so, oh ja, Formaldeid, ja, leck mich doch, sprich doch nochmal. Es ist nicht meine Welt. Lass den frühen Morgentau hier rein. Ja, ich lass gleich meine Faust rein. Es ist alles so nervig, leider. Ich kann damit nichts anfangen. Jedes, jedes Haar meines Körpers sträubt sich dagegen, diese, diese Dialoge irgendwie wahrzunehmen. Ähm, ich find's einfach so unfassbar unnötig. Es tut mir so leid. Ich weiß, ich bin ein, ich bin ein Kunstbenause, aber mir gibt sowas halt überhaupt nichts. Und ich find's leider wirklich in diesem Film, ich, ich, ich zieh meinen, wie hat mein Hut vor dem, vor dem Schauspiel, wie gesagt. Ich hab absoluten Respekt davor, dass die Texte hier eins zu eins verwendet wurden, dass, ähm, dass die, dass die Schauspieler das auch so auf die Bühne bringen, wo man wirklich schon die Bühne sagen kann. Und, ähm, ich find, ich find Leo so unfassbar großartig in diesem Film. Der ist so dabei. Es ist krass. Ja, absolut. Wie gesagt, ich find, ich find ihn super. Ich find auch die Chemie mit Claire Danes ist super. Das klappt auch an sich. Ich, ich, ich kauf ihn das, ich kauf ihn diese Liebesgeschichte auch ab. Aber rein vom Filmkonsum jetzt mal hergesprochen, über den es letztendlich ja dann geht, ich habe in der letzten Zeit kaum was Anstrengenderes gesehen als diesen Film. Wirklich, es war zu viel. Also, es war wirklich zu viel. Es war, wenn's nur die Inszenierung wäre, ja, die eh schon so am Rande des Wahnsinns kratzt. Wie gesagt, die, die find ich positiv. Die geb ich dem Film auch. Wenn es nur die wäre, aber dann quasi mit normalen Filmdialogen, glaub ich, dann würde ich den Film eigentlich sogar ziemlich gut finden. Echt? Ja, ich glaub schon. Also, es ist bei mir wirklich ein, ein großer Teil des, des, des filmischen Nichtgenusses ist leider wirklich die Sprache. Ich komm da nicht rein. Es ist wirklich einfach, es ist einfach peak anstrengend für mich, dem zu folgen. Das ist nämlich so das spannende Gedankenspiel an diesem Film, find ich auch so, wie der wirken würde, wenn er in Anführungszeichen normale Dialoge hätte. Ja. Aber ich würde dann halt so sehen, wie wenn er sie zum ersten Mal sieht und dann dieses geh auf schöne Sonne und lösche diese neidische Luna aus, die schon ganz bleich und krank vor Verdruss ist, dass du ihr Mädchen schöner bist als sie. Das ist halt ... Ihr seht das vielleicht, es sich in mein Augenlid zuckt schon, während Mazza das liest. Es ist halt, oder auch wenn Mercutio seine Monologe hält. Ich glaube, in einem normalen Dialog würde das seine Wirkung nicht so in dieser Form entfalten. Oder auch die, wie, wie Romeo sie anhimmelt. Das wäre alles vielleicht dann leichter konsumierbar, aber ich glaube tatsächlich, dadurch würde einiges der Wirkung verloren gehen. Der Film verschließt sich sehr vielen Menschen, dadurch, dass er diesen Schritt geht. Aber ich finde, das ist auch das, was ich dann irgendwie super cool und super spannend fand. Und die Twitter-Kommentare zum Beispiel, die du ja auch bekommen hast, haben erstens gesagt, es ist ein Love-it-or-Hate-it-Film. Absolut. Gut, die, die den in der Schule sehen mussten, da kann ich verstehen, wenn man sagt, so ... Mit 15 ist das jetzt nicht so der ideale Film. Rip. Rip-Unterricht. Aber dann so eine Kommentare zu lesen, so paraphrisiert wie ... Ja, und die haben so komisch geredet, die Story war ja voll flach. So, ja, aber ... Zeig mir irgendeine andere Geschichte aus dem 16. Jahrhundert, die nicht flach ist aus heutiger Sicht. Ja, ja, nein, das ist natürlich Quatsch. So, also, wie gesagt, es ist nun mal eine Eins-zu-eins-Verfilmung eines Stoffes von vor ein paar hundert Jahren. Easy, so. Also, das kann man dem Film schlecht ankreiden. Ähm, nein, ich geb dir vollkommen recht. Ich glaub, also, ich glaub, für mich wär der Film dann besser, wenn er einfach konsumierbar wäre, geb ich komplett zu. Aber ich geb dir natürlich auch vollkommen recht, dass er da nicht derselbe Film wäre. Das, absolut, da geb ich dir vollkommen recht. Dann hat er eine ganz andere Wirkung. Dann wär er halt wirklich, sag ich mal, ein Actionfilm. So, ähm, letztendlich. Ähm, klar. Dann wären die Dialoge wahrscheinlich auch scheiße. Weil dann DiCaprio am Fenster steht und sagt so, Alter, du siehst heiß aus. Keine Ahnung, weißt du? Also, dann wären die Dialoge wahrscheinlich ... Typischer 90er halt, ne? Ja, genau. Also, vielleicht wären die Dialoge dann auch richtig schlimm, auch ein richtig Cringe. So sind sie halt für mich einfach nur anstrengend. Aber ich versteh ja trotzdem, dass sie halt poetisch sind. Alles fein. Also, das ist halt ein Film. Ich kann dem rein, ich kann dem halt rein filmisch gar nicht mal böse sein. Also, das ist wirklich, das ist, ich glaub, das ist eine der objektivsten Bewertungen, die ich heute überhaupt in diesem Podcast abgebe. Ja, Filmkritiken sind immer objektiv, alte Diskussionen. Aber man versucht ja immer so ein bisschen dem Film halt natürlich irgendwie auch seinen Zuspruch zu geben, einfach was er macht. Und das mach ich ja auch hier. Aber rein wirklich objektiv gesehen war das für mich eine komplette Tortur. Ich hab's gehasst. Subjektiv, aber ja. Subjektiv, Entschuldigung. Ja, guten Morgen. Subjektiv für mich gesprochen war es einfach eine Tortur. Und ich glaub, ich hatte sogar bei High School Musical mehr Spaß, muss ich zugeben. Also, von daher ... Und bei Mitzimmernachtstraum? Wenn wir schon den Shakespeare-Vergleich haben? Ähnlich schwierig. Also, ich glaub, das liegt auf einer schwierig. Also, das war, da merkst du wieder, das ist irgendwie mein, das ist mein Kryptonit einfach. Ist ja auch ... Ich hatte ja auch schon durchaus erwartet, dass du den nicht mögen wirst, aber trotzdem find ich's schön, dass du auch diese Sachen ansprichst, die ihn halt so besonders machen und du auch sagst, dass das cool war einfach. Ey, das ist es. Auch der Stand-off halt mit Tybalt und Romeo halt vor diesem geilen Theater da. Ja, das ist halt initiatorisch, das ist super. Also, auch, da kann ich auch schon mal ein bisschen so meine, noch ein bisschen in so Fun-Facts übergehen, weil halt mich noch mal ein bisschen zu dem Film auch zu belesen, was da alles passiert ist und so, ist halt Wahnsinn. Also, überhaupt zum Beispiel, fast alle Sets im Film wurden ja extra gebaut. Und zum Beispiel dieses Set, ja, damit's halt genau diese Theater-Look kriegt. Das wollten sie halt auch, ne? Damit's halt ein Film ist, aber gleichzeitig dieses Theater als Theaterstück wahrzunehmen ist. Und zum Beispiel dieses Set eben, wo sie diesen Stand-off eben haben, wo Mercutio dann ja auch stirbt, das ist zum Beispiel irgendwie nur kurz nach dem Dreh von einem Orkan kaputt gemacht worden, weil der während des Drehs da durchgeflogen ist. Und dieses ganze Ding ist eingestürzt und sie mussten auch die letzten Szenen, wo er auf dem Boden liegt und Romeo geht nochmal hin und verabschiedet sich von ihm, die mussten sie quasi woanders drehen mit einem ähnlichen Set, weil sie da nicht mehr drehen konnten. Das war auch ganz furchtbar so, was die Sets angeht. Es sind, glaube ich, drei Sets kaputt gegangen während des Drehs auch komplett. Die vorher halt über Wochen aufgebaut wurden. Aber das finde ich auch, der Aufwand, der da drin steckt, den sehe ich halt auch. Das ist schon krass teilweise. Ich mag auch die, zum Beispiel auch diese Party eben halt bei den Capulets so. Das ist auch geil, weil die Kostüme nice sind, weil der ganze Aufwand, der da halt im Bildaufwand steckt, der ist halt super. Oder allein dieser halt, natürlich dieser Money-Shot halt mit dem Aquarium, der ja auch in jedem Trailer drin war und so. Der ist auch super halt, ne? Ey, Alter, für diesen Shot haben sie irgendwie drei Tage gebraucht, weil sie halt das Aquarium nicht ausleuchten konnten. Weil immer sich wer gespiegelt hat, entweder da drin oder halt es war eine Lampe, hat sich halt im Glas gespiegelt oder aber die Schauspieler haben sich im Glas gespiegelt. Das durfte ja alles nicht sein. Die müssen sich halt gegenüber sehen und mehr nicht. Und nachher haben sie einfach alle Lichter ausgemacht und haben eine Halogenröhre ins Aquarium gehangen. Und das war dann die Beleuchtung und sowas. Also, wie viel Aufwand da in jeder Szene steckt, ist wieder krank. Alleine auch, das ist halt das, was sich mir tief in mein Herz gebrannt hat. Es ist unfassbar kitschig. Aber, ähm, wenn er in die Kirche geht, wo sie aufgebahrt liegt, mit diesen unfassbaren Neonkreuzen und diese, generell diese gesamte Aufmachung dieser Kirche ist so wahnsinnig. Aber es sieht einfach mega aus. Ja. Das ist krass. Und das ist es halt. Buzz Lerman ist halt, der ist größenwahnsinnig, der Typ. Der ist absolut crazy. Und wenn du es auch schon so erwähnt hast, das ist ja, er hat ja, Strictly Ballroom war das, glaube ich. Romy und Julia und Moulin Rouge gehören zu so einer, zu seiner, wie er es nennt, Red, ah, was heißt ein Vorhang nochmal auf Englisch. Red Reddling. Ah ne, falsches Franchise. Aber zu seiner roten Vorhang-Trilogie, bei der er es tatsächlich so machen wollte, dass sich Filmzuschauer eher wie in einem Theater fühlen. Naja, okay. Und. Das ist gelungen, ja. Ja. Und Moulin Rouge geht den Schritt halt noch fünf Schritte weiter. und den werde ich dir niemals geben, weil ich weiß, dass du den ... Ich glaube, da wirst du ähnlich reagieren wie bei diesem Film, nur aus anderen Gründen. Aber da geht's zum Beispiel damit los, dass ... Try me. Da geht's halt zum Beispiel, Moulin Rouge fängt damit an, dass ein Dirigent vor einem roten Vorhang steht und der geht auf und der Film geht los. So, und dann ist halt ... Und da gibt es ein ... Der Film hat ein Theaterstück im Film, was die Story des Films erzählt. Aber da wird's halt nur noch wahnsinnig irgendwo. Okay, get it, get it. Oder auch aus Australia. Also, wie gesagt, der Typ ist so ... Der Typ ist super kreativ. In dem Film steckt halt Kreativität für drei Filme so. Das ist halt ... Ja. Ich hab auch Bock auf Elvis. Ich bin super gespannt. Ach, den macht er, ne? Ja, ja. Ja, genau. Deswegen bin ich auch drauf gekommen, weil ich ja bei einer Veranstaltung zum Trailer-Launch dabei war. Mhm. Und ... Er sieht halt auch aus wie so jemand, wo du sagst, ja, der macht irgendwas Kreatives. Und dementsprechend bin ich auf die Idee gekommen, dir den einfach mal zu geben. Und ... Ja, ich bin ein großer Buzz-Lerman-Fan. Ich find das fantastisch. Es ist manchmal deutlich zu viel. Aber ich find's zum Beispiel bei Romeo und Julia, ähm, da konnte ich mich nach so der ... Ja, nach der Tankstellen-Szene am Anfang, konnte ich mich einigermaßen drauf einstellen. Und wie gesagt, ich freu mich, dass du dem trotz, obwohl's so anstrengend war, halt irgendwo was abgewinnen konntest. Wie gesagt, ich kann ja im Film Props geben, auch wenn ich ihn nicht mag. Und das muss ich halt machen. Das ist ja gar keine Frage. Also, der hat einen Aufwand. Ich seh ja seine Vision irgendwie dabei. Das ist halt nicht meine Vision. Aber das kann ich ihm ja zusprechen halt. Gar keine Frage. Auch, wo du grad schon die Szene ansprichst, ne? Wo sie halt da aufgebahrt liegt und so. Fand ich auch halt übrigens krass, dass sie die Szene auch irgendwie x-mal drehen mussten. Weil DiCaprios Monolog, den er dann ja hält, der ja auch sehr, sehr rührselig ist, hat halt Claire Danes so oft zum Heulen gebracht, dass sie immer abbrechen mussten, weil sie so gerührt war von seinem Spiel. Also, da merkst du halt, wie krass er halt auch verspielt, ne? Er war auch ja die erste Wahl von Lerman als Romeo, auch wenn Neil Patrick Harris im Raum stand noch eine Zeit lang. Aber seine erste Wahl war auf jeden Fall immer DiCaprio. Bei Juliet war es wohl deutlich schwerer. Da standen erst Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt, also die ganzen klassischen 90s natürlich, Christina Ritchie, Kate Winslet und Alia im Raum. Oh, das hätte ich spannend gefunden. Bevor dann Claire Danes gekommen ist und in, weil jeder, also, ähm, Cabrio stand schon fest und dann hat quasi Lerman, jeder, die angefragt hat oder angefragt wurde, hat gesagt, ihr müsst herkommen und ihr müsst mit DiCaprio eine Szene spielen, ich will das sehen. Und das haben sie alle gemacht und, ähm, DiCaprio selbst hat dann Lerman gesagt, wir müssen Danes nehmen, weil er meinte, mit ihr war die Chemie halt am besten in dieser Testaufnahme. Er meinte, wie keine andere der Schauspielerinnen hat ihm bei den Monologen in die Augen geguckt oder so. Sie meinten, die wären immer alle irgendwie woanders im Gedanken gewesen. Sie wäre die Einzige, die voll bei ihm irgendwie investiert war. Und dann, ähm, hat er nochmal sie wirklich hervorgehoben, dann haben sie Danes halt wohl genommen, ja. Und ihr allererster, ihr allererster Drehtag war die Szene, wo sie, äh, nackt zusammen drehen müssen. Das war der allererste Drehtag. Ja. Und einer meiner Lieblingseffekts zum Film war, da muss ich sehr lachen, weil ich eben schon auch die Kostüme und Hairstylung und alles erwähnt ja hab, lobend. Der, der Hairstylist, der, der, der Chef Hairstylist des Films, Aldo Sinoretti, ist auch so ein richtiger Hairstylist-Star wohl auch in der, in der Branche, ähm, der wurde während der Drehaufnahmen von Bandmitgliedern entführt. Und Buzz Lerman musste den für 300 Dollar aus der Portokasse freikaufen. 300? Ja. Okay. No shit. Die haben in Vera Cruz gedreht und da gibt's halt Straßenbanden und bei dem Dreh ist er einfach entführt worden. Wow. Wo ich mir denke, so, was geht denn da ab? Ist eigentlich nicht lustig? Ja, überhaupt nicht, aber stell dir mal vor, dein Regisseur kauft dich mit 300 Dollar von der Bande frei, weil du ein fucking Hairstylist bist. Ich find's einfach mega. Einfach alles zu wild irgendwie. Es passt, aber es passt auch so geil zum Film, die Anekdote. Ich fand, die passt so viel zu diesem Film. Irgendwie schon. Es ist total abgefahren irgendwie. Und, ähm, und mega lustig fand ich auch noch, dass, ähm, also Paul Rudd spielt hier auch mit, hab ich noch gar nicht erwähnt, genau. Oh, stimmt. Der hatte ich ganz vergessen, ja. Einfach Paul Rudd noch als sehr junger Mensch, wobei der irgendwie spielt ja auch nicht Alter. Er sieht genau, er sieht genauso aus wie heute. Genau. Am letzten Tag nach dem Dreh war er mit DiCaprio einen Trinken, so auf den Abschluss des Drehs anstoßen. Und da hat wohl DiCaprio erzählt, dass er quasi jetzt gerade in den letzten Tagen des Drehs hat er halt ein Skript auf den Tisch bekommen für einen neuen Film, der würde Titanic heißen. Zwingi Zwonker. Was er denn davon halten würde, um eine Meinung zu hat. Und Paul Rudd wohl ist mega der Titanic-Nerd. Weil dem sein Vater irgendwie so Schiffsprofi ist. Und er weiß halt alles über Schiffsbau und Titanic und so. Und er hat ihn dann beim Saufen halt komplett dazu überredet, da mitzumachen. Da meinte, Titanic, mega Ding, so historisch krass, das ist mit bestimmten Brett. Und ja, ob das jetzt nur der Grund war, weiß man natürlich nicht. Aber Paul Rudd hat ihm wohl, hat die Cappie mal irgendwann im Interview erzählt, hat ihn so belabert, dass er da auf jeden Fall, also, ja, er ist mit Schuld bestimmt daran, dass er dann zugesagt hat, ja. Das ist die beste Geschichte aller Zeiten. Also, ich finde, die Anekdoten zu dem Film sind alle mega witzig. Also, nicht witzig, aber auch teilweise ganz schön krass. Aber passen alle, wie gesagt, irgendwie zu diesem Film. Weil die fast so wahnsinnig sind wie der Film selbst, so irgendwie. Also, abgefahrene Produktion, ja. Also, deswegen, Fazit nochmal, wie gesagt, es ist nicht mein Film. Ich hatte nicht so wirklich Spaß dabei, es ist einfach nicht mein Style. Ich gebe dem Film aber, wie gesagt, produktionstechnisch und audiovisuell einiges. Also, muss man ihn einfach lassen. Er ist wahnsinnig und es ist wahnsinnig kreativ. Und wie gesagt, solche kleinen Details wie mit den Waffen, mit dem Decker und sowas. Ich mag das. Das sind coole Ideen. Und man sieht das halt auch, dass da halt Ideen drinstecken, die halt das Shakespeare-Stück einfach irgendwie verdeutlichen sollen, damit es eben nicht nur ein weiterer Crime-Film wird. Weil das wäre es halt dann. Das wäre dann eine Crime-Romanze. Und das mag ich so. Und das muss ich dem Film einfach gutheißen. Es ist einfach nur nicht meine Art von Film. So, ganz einfach. So, von daher, persönliche Skala so, nope. Aber, wie gesagt, ich habe auch gesehen jetzt, ich wusste es gar nicht, in meiner Letterboxd-Timeline, überdurchschnittlich viele Leute mögen den. Also, deswegen, es ist kein schlechter Film. Das kann ich ihm nicht mal, ich kann nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist, weil es ist er nicht. Es ist einfach nur nicht meine Art Film. Super. Aber trotzdem, muss ich sagen, noch mal trotzdem gut, ihn noch mal einfach aufgefrischt zu haben. Es war noch mal einfach filmhistorisch wichtig. Okay. Auch für mich. Also, ich will ja immer gerne wissen, warum ich Filme nicht mochte. Und ich wusste bei dem halt, das war nichts für mich, aber ich wusste nicht mehr, warum. Jetzt weiß ich es. Sehr schön. Ich fände es ja auch einfach, durch diese Art der Inszenierung, du merkst halt in jeder Sekunde, was das eigentlich für eine Riesengeschichte ist. Ja, ja, klar. In der Popkultur. Ja. Und führte natürlich zumindest dann bildlich zu der großartigen Romeo und Judas Szene in Hotfass, was ja auch bei Twitter kommentiert wurde. Ja, 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 genau. Love me, love me, say that you love me. Ein großartiger Gag, den es ohne diesen Film nicht gäbe. Danke, Buzz Lerman. Ja, jedenfalls soviel zu dieser Roche Monze und jetzt kommen wir zum Saufen. Geil, ballern. Ja, wir reisen von Italien, was irgendwie in die USA verlegt wurde, wie auch immer, reisen wir nach Dänemark. Und zwar begeben wir uns in einen Rausch, den Rausch, der Rausch, im Originaltitel Druck, was, glaube ich, so viel heißt, wie einfach komplett besaufen, bis man besinnungslos ist. Ja. Komasaufen. Stimmt, das war das Wort. Aus dem Jahre 2020. Regie geführt hat Thomas Winterberg. Zu dem Herrn erzähle ich gleich noch eine ganz, ganz kleine Sache. Am bekanntesten, glaube ich, ist er jetzt in den letzten Jahren durch die Jagd. Ja. Was der Vorgänger, glaube ich, war. Unter anderem auch mit Mats Mikkelsen, weil der spielt auch hier wieder mit. Den muss ich auch dringend noch gucken. Kurze Anekdote. Der Film wurde mir in der Journalistenschule gespoilt. Ich habe aber wieder vergessen, was mir genau gespoilt wurde. Also, bitte stille. Thomas Bollarsson, Magnus Millang und Lars Rante sind die vier Hauptfiguren, um die es in erster Linie geht. Wobei Mats Mikkelsen schon so die, die 90 Prozent des Screamtail hat. Was daran liegt, dass Winterberg ihm tatsächlich die Rolle auf den Leib geschrieben hat. Der Film hat den Oscar für den besten internationalen Film 2021 gewonnen. Aus dem anderen, von dem anderen Film kannte ich tatsächlich keinen vom Namen, was schon eher selten ist. Und es war der erfolgreichste dänische Film 2020, zumindest in den dänischen Kinos eben. Eine kleine, etwas traurige Anekdote. Der Film ist seiner verstorbenen Tochter Ida gewidmet, die bei einem Autounfall ums Leben kam. Das liegt daran, dass das eigentlich ihr Schauspieldebüt sein sollte. Sie sollte eine der Schülerinnen spielen. Und sie haben das tatsächlich auch an der Schule gedreht, wo sie zur Schule gegangen ist. Dementsprechend gibt es dann am Ende das Für Ida. Und eine andere, wenn wir schon bei absurden Anekdoten vom Dreh sind. Bei den ersten Proben haben sich die Schauspieler tatsächlich auch betrunken. Und das hat offensichtlicherweise nicht so richtig gut funktioniert. Weswegen Thomas Winterberg dann gesagt hat, nee, macht mal nicht. Es gab ein Alkoholverbot am Set. Aber um trotzdem betrunkene Menschen vernünftig spielen zu können, haben sie sich zur Recherche Trinkgelager aus Russland angeguckt. Beziehungsweise Videos davon. Den Film gibt es aktuell umsonst bei Prime zu streamen. Es gibt aber auch eine Blu-ray-DVD und ein Mediabook von Leonin. Es ist super schön, dass das hier abgeschlossen ist, dieser Teil. Bei Filmen, die nicht mal ein Jahr alt sind gefühlt. Oder zwei Jahre eben nur. Dass man einfach sagen kann, es geht eine Blu-ray, DVD, Mediabook. Danke. Auf der IMDb hat der Film eine 7,7 und bei Letterboxd eine 4,0. Wird also hoch gehandelt. Und das war auch das, was ich immer gehört habe, dass viele, viele, viele den fantastisch fanden. Sehr, sehr gut. Und hatten wir auch bei uns auf dem Discord, wenn ich mich nicht täusche, relativ kurz. Weil da ein bis zwei Leute den innerhalb kürzester Zeit dann geguckt hatten. Wo auch alle meinten, ist super. Und meine Erwartungen waren dann, dass der Film eine Art Auseinandersetzung mit dem Thema Alkoholnummer ist. Mit einem ganz herausragenden Mats Mikkelsen. Zum Inhalt. Wieder UFDB natürlich. Von MMIXX, der Rausch 2020. Nach einer kleinen Feier des 40. Geburtstags von Lehrer Nikolai. Beschließt dieser mit seinen Kollegen Martin, Tommy und Peter, stets ein Pegel von 0,5 Promille zu halten. Nach 20 Uhr, so wie am Wochenende, wird allerdings nicht getrunken. Die vier Herren bemerken schnell Änderungen sowohl im Arbeitsalltag, in der Schule, als auch im Privatleben. Und fast ebenso schnell wollen sie ihre Grenzen austesten und den Promillewert noch höher ansetzen. Doch gleichzeitig droht das Aufliegen der unverantwortlichen wie unerlauben Verhaltensweise. Und auch die überwiegende Lockerheit und Gelöstheit schlägt an manchen Stellen über die Stränge. Ich finde es ja gut, dass sie am Wochenende nicht trinken. Immer trinken, nur nicht am Wochenende. Oh, Vorsichtshalb. Das Ganze basiert interessanterweise auf einer Art pseudowissenschaftlichen Abhandlung. Denn das, was im Film erwähnt wird, dieses eigentlich ist der Mensch mit 0,5 Promille zu wenig im Blut geboren worden. Das gibt es tatsächlich. Das hat tatsächlich jemand mal diese These aufgestellt. Kann man nun halten, was man davon möchte. Ich finde es großartig Schwachsinn. Also ich habe gerade mit 0,5 Promille. Mit Schubst. Und die Männer versuchen diese These halt auszutesten. Das ist die Story so zusammengefasst. Der Film beginnt allerdings erstmal ganz anders. Nämlich mit einer super Montage eines, wie haben sie es genannt, Seelaufs. Wo Jugendliche am Wochenende in Dänemark um einen See laufen, einen Kasten austrinken müssen. Die Schnellsten kriegen den Pfand. Und wer parallel kotzt, kriegt eine Minute abgezogen von der Zeit. Ja, das ist ein bisschen wie bei uns früher auf dem Dorf, die Junggesellen-Spiele immer. Ja, Boßeln. Ostern und sowas. Ja, Kohlfahrten gibt es ja in dem Sinne. Boßeln haben wir mal gemacht zu einer Weihnachtsfeier. Ja, bei uns war das manchmal so ein Weingebiet. Bei uns war das immer, die haben dann immer so Bollerwagen-Touren durch die Weinberge gemacht und sowas. Und dabei halt Saufen, ja. Und ich habe mich direkt an Dogma 95-Filme erinnert. Ich glaube, es war 95. Ich möchte da noch nicht zu tief einsteigen, denn in der nächsten Folge wird wahrscheinlich André dazu ein, zwei Worte mehr verlieren wollen. Zwinky, zwonky. Was aber mir halt aufgefallen ist, die Kamera war super häufig ganz, ganz nah an den Figuren dran. Man hatte nie so richtig ein Gefühl für Räume, beziehungsweise wenn man dann mal eine Totale hatte oder so, fühlte sich alles enorm weit an. So die Sporthalle oder der Fußballplatz. Selbst da war die Kamera meistens, gefühlt klebte die, den SchauspielerInnen an den Arsch. Und wenn sie es eben mal nicht getan hat, dann war so direkt so, boah, das ist das größte Fußballfeld dieser Welt. Und ich bin mir unsicher, aber das war halt eine Dogma 95-Sache. Es gab nur natürliches Licht, hatte ich das Gefühl. So gerade in Restaurantszenen oder halt auch Kneipen, die durchaus vorkommen, die wirken halt immer so super düster und dunkel, aber dadurch auch irgendwie atmosphärisch. Und viele der Dialoge hatten so einen leichten Impro-Vibe, weil sie sich auch durchaus mal gegenseitig überlagern und man mit einem Verständnis für Dialogregie und so merkt, okay, das sollte gerade nicht so sein, aber die SchauspielerInnen machen einfach weiter. Ja, das war irgendwie spannend. Der wichtigste Punkt, glaube ich, an den gesamten Film ist, wie man mit der Männerrunde mitfühlt. Und hier schon mal zu so einem kleinen Problem. Dadurch, dass der Fokus sehr, sehr stark auf Martin sitzt, also auf Mats Mikkelsen, finde ich, bekommen die anderen drei nicht genügend Screentime, um da irgendwie vernünftig mit zu connecten. Also die haben durchaus ihre Szenen, so der Musiklehrer zum Beispiel mit seinem Schüler, der tierische Prüfungsangst hat oder der Sportlehrer mit Brille, was, ja, aber auch da so, okay, die anderen Kinder mögen den kleinen Jungen nicht und du nennst ihn halt die gesamte Zeit nur so, weil er eine Brille trägt. Classic Sportlehrer. Ja, das wirkte nicht so hundertprozentig sympathisch. Und ich wusste tatsächlich nichts von der Handlung des Films, in welche Richtung das geht. Als dann direkt am Anfang gezeigt wurde, der Sportlehrer an einen Hund war, ich direkt so, oh nein, bitte stirbt nicht Hund, weil es auch einfach ein ganz alter Doggo ist, der nicht mal vernünftig pinkeln kann. Das war schon irgendwie super traurig. Und es wird nicht aufgeklärt, was mit dem am Ende passiert. Bin ich stinkig. Ja, das stimmt. Die Grundidee des Ganzen fand ich im ersten Moment spannend, aber auch irgendwie ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, der eine feiert seinen 40. Geburtstag und er wirkt wie der Jüngste in dieser Runde. Die sollten eigentlich wissen, in welche Richtung das Ganze führen wird, bin ich zumindest der Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Naja, aber es geht ja nicht darum, ob sie es wissen. Es geht ja eher darum, dass sie so quasi, also es geht ja, warum sie überhaupt ja richtig anfangen damit, ist ja so ein bisschen, weil sie sich ausbrechen wollen. Weil sie halt merken irgendwie, dass sie alle besser sein könnten, als sie sind, wenn sie, also wenn sie laut dem, was dieses Experiment, diese These aufstellt, könnten sie halt ihre, also sie stehen alle irgendwie mit dem Leben, aber irgendwas fehlt. Oder sie sind irgendwie im Job, sie haben halt einen Job und machen den auch solide, aber es könnte besser sein. Und sie hoffen ja, dass das alles irgendwie nochmal so einen Dreh, einen Kick, nochmal einen neuen Kick bekommt, wenn sie das tatsächlich machen und es so funktioniert, wie es ihnen gesagt hat und wie es da steht, wie es diese These behauptet. Sie hoffen ja dadurch irgendwie nochmal andere Menschen zu werden, so ein bisschen. Einfach aus ihrem Trott auszubrechen. Ja, so ein bisschen, ein bisschen halt, genau, mit ihren, mit ihren, mit ihren, mit ihren, mit ihren Konventionen zu brechen, genau. Deswegen, glaube ich, ist es jetzt egal, ob sie wissen, also natürlich wissen sie, wie das Alkohol anrichtet, aber wie man ja auch sieht, abgesehen vielleicht vom Charakter von Mats Mikkelsen zu Beginn zumindest, auch dieses Abends, die saufen ja eh alle gerne. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt alle Antilakoliker sind und anfangen zu saufen, sondern feiern und trinken tun sie ja eh gerne. Das ist ja dann eher so ein, oh, wenn wir das jetzt auch über den Tag dürfen, das ist ja mega. Es ist es ja, sie dürfen es ja nicht, sie machen es halt einfach. Oder, was heißt dürfen nicht? Natürlich dürfen sie es, aber, ne? Mats Mikkelsen trinkt ja nur nicht, weil er mit dem Auto da ist. So, das ist ja, er trinkt, es wird ja durchaus, ich glaube, es wird nie gesagt, ob er Anti-Alkoholiker ist. Aber es ist halt, trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass jede erwachsene, jede erwachsene Person wissen sollte, wenn man eine Woche lang die gesamte Zeit 0,5 Promille hat, dass das eigentlich nicht gut ausgehen kann. Aber am Ende, wenn ich mit dem Film durch bin, möchte ich keine offene Diskussion anstoßen, aber vielleicht da mal mit dir ein bisschen was abgleichen zu dem Thema. Ja, und dann kommt es halt, wie es kommen muss. Das Ganze folgt einer relativ typischen Dramaturgie. Am Anfang merken die natürlich, oh, es hilft und wir sind ja viel lockerer und der Unterricht läuft besser und die Kids haben auch irgendwie mehr Spaß da dran. Und dementsprechend denken sie sich, okay, dann versuchen wir das Ganze mal weiter auszuloten und gucken, wie weit können sie denn gehen mit den Promillewerten. Soweit, dass der Martin dann mit ein Promille unterrichtet und erst mal fett gegen den Türrahmen rennt. Da muss ich so lachen in der Szene. Und wie das dann aber am Ende natürlich sein muss, führt das Ganze auch durchaus zu Problemen. Der Film betrachtet das Ganze, ja, das Wortspiel ist super dumm, aber ich finde es äußerst passend, relativ nüchtern. Ähm, der Film wirkt über die meiste Zeit irgendwie seltsam distanziert. Es ist mehr, es kommt halt eben dadurch, dass die Kamera so nah dran ist und durch diese Dialoge. Es wirkt so ein bisschen dokumentarisch und nicht halt wie ein Film, der eine Geschichte erzählt. Und dadurch, finde ich aber, treffen einige emotionale Momente nochmal so ein bisschen anders. Äh, wo ich ihn gerade erwähnt habe, der kleine junge Brille, ähm, wenn er dann am Ende die Nationalhymne singt oder wenn er sein Tor schießt. Das hat irgendwie dann schon einen anderen, ähm, einen anderen Wert. Oder auch gegen Ende kommt es, äh, zu einem äußerst hitzigen Streitgespräch zwischen Martin und seiner Frau Annika, die übrigens in einem seltsamen Bungalow wohnen. Also, dass da komplett alles getefelt ist, das sieht irgendwie seltsam aus. Und der angesagte Stil in Dänemark. Boah, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber, äh, dieses Streitgespräch, das hat dann schon durchaus getroffen. Das lag aber für mich immer daran, dass man halt, dass das halt Figuren waren, mit denen man gerne mitgefiebert hat. Bei den anderen dreien war ich da dann doch eher irgendwie, ähm, joa, sie waren da. So, böp, ist okay. Äh, und das führte dann auch dazu, dass wenn's dann gegen Ende sehr, sehr dramatisch wird, dass ich halt nur da saß und mir dachte, ja, äh, war abzusehen. Danke. Und da kommen wir dann auch zu diesem, zu dem leidigen Thema Moral. Und was der Film über Alkoholkonsum aussagen möchte. Denn es ist halt die Frage, möchte er darüber überhaupt irgendwas aussagen? Man bekommt den Eindruck von dem Film, dass es durchaus mal nett sein kann, weil man seine Hemmung fallen lässt. Weil man lockerer wird. Weil man entspannter durch die Gegend geht. Aber, wie das dann halt so ist, in Mengen ist das nicht gut. Böse, böse. Ähm, und da würde ich zum Beispiel ganz gerne mal von, äh, Letterboxd ein Review zitieren von, äh, Maya, äh, gute Freundin. Ein Film über die Vorteile von Alkohol, die Probleme neben dem Alkohol und die menschlichen Abgründe, die Alkohol nicht lösen kann. Und ich find das irgendwie durchaus passend. Denn es zeigt ja durchaus, dass, ähm, dass man sich anders verhält, wenn man angetrunken ist. Nicht betrunken, sondern angetrunken. Aber es, der Film zeigt halt auch, okay, wenn du halt mit einer Promille versuchst zu unterrichten, das kann lustig sein, aber so auf die Dauer wird das nicht funktionieren. Und, ähm, das ist aber irgendwie etwas, dafür hätte ich den Film nicht gebraucht. Also, der Film erzählt mir jetzt in dieser Sinne nichts Neues. Man muss mir nichts Neues erzählen, sehe Romeo und Julia. Aber, die gesamte Zeit hatte ich irgendwie das Gefühl, dass der Film es trotzdem darauf anlegt. Dass der Rausch mir jetzt sagen möchte, okay, ey, wir machen hier jetzt einen Film über Alkohol. Und damit machen wir irgendwas Besonderes. Und das hat sich für mich irgendwie nicht eingestellt. Ähm, ich glaube, ganz vielfältig. Von diesem Film hängt auch davon ab, was man für eigene Erfahrungen gemacht hat. Und das ist dann so der Part, den ich aufmachen, äh, wollen würde. Ich hab mich in einigen Szenen durchaus wiedererkannt. Gerade, wenn sie darüber reden, so, ähm, wir werden uns jetzt einfach zur Besinnungslosigkeit besaufen und machen das als soziologisches Experiment. Was halt, da hab ich halt mit dem Kopf geschüttelt, aber macht mal. Und das ist zum Beispiel eine Sache, bei der bei mir durchaus große Probleme, äh, mit der ich durchaus große Probleme hatte, dass ich, wenn ich getrunken hatte und es halt durchaus mehr wurde, dass ich sehr schnell die Kontrolle verloren hab. Ähm, und das dann dazu führte, dass ich sehr schnell und sehr viele Blackouts hatte. Dann dieses Ganze, dieser, dieser Lauf um den See, ähm, ich hab nun mal lange Mannschaftssport gespielt. Und da war es nun mal auch irgendwie an der Tagesordnung. Und wir haben zu einer Weihnachtsfeier, sind wir mal um die Alster geboßelt. Boßeln ist, man wirft eine Kugel und wer die wenigsten Würfe braucht, um eine Strecke zurückzulegen, gewinnt. Aber meistens benutzen das Dorfkinder, um dabei zu saufen. Ähm, und das sind alles so Sachen, die, die haben mir schon irgendwie, haben mich schon darüber nachdenken lassen, wie ich mit diesem Thema umgehe. Wie ich mit Alkohol umgehe. Der Film kam dann jetzt nur zu so einem relativ schlechten Zeitpunkt, weil, ähm, inzwischen bin ich auf einem relativ gefestigten Level, dass ich sage, ich mag es nicht, wie ich mich verhalte, wenn ich sehr betrunken bin. Das heißt, äh, auch durchaus Corona-bedingt. Aber ich habe in den zwei Jahren Pandemie, glaub ich, mich nur zweimal mehr als zwei Bier getrunken. Weil ich das einfach nicht mag. Und deswegen kommt der Film vielleicht zu einem falschen Zeitpunkt für mich persönlich. Dass ich das alles sehe und das aber zu einer Erkenntnis führt, bei der ich sage, okay, die hatte ich jetzt aber. Die hatte ich halt schon vorher. Der Film ist trotzdem ein, ähm, cool inszeniertes Drama. Der ist durchaus spannend. Ähm, seit die zwei Stunden, die er geht, ist er jetzt auch nicht irgendwie langweilig. Also er hat durchaus lange Dialogsequenzen und alles. Ähm, ich habe da auch mit meiner Verloben drüber geredet, das ist kein Film, obwohl das Thema ja durchaus, äh, interessant ist für manche. Äh, den ich ja zum Beispiel meinen Schwiegereltern nicht zeigen würde. Weil dem wäre das zu langatmig alles. Aber es ist trotzdem ein, ein durchaus guckbarer Film, dessen Moral aber am Ende, oder beziehungsweise dessen, dessen Aussage so, Alkohol ist nicht die Lösung. Irgendwie, aber so Alkohol ist nicht die Lösung, kann aber durchaus Spaß machen. Das ist das, was der Film ja am Ende sagen möchte mit der letzten Szene irgendwie. Und das ist etwas, wo ich denke, ja, danke, habe ich nicht gebraucht. Okay, spannend. Dementsprechend, ähm, ich weiß, dass du den ja auch sehr, sehr großartig findest. Mhm. Ich kann so die großen Lobeshymnen irgendwie nicht verstehen. Ich finde den gut, aber dass jetzt, äh, man deswegen ausrastet, das konnte ich irgendwie nicht nachvollziehen. Ich musste mir direkt acht Schnaps aufmachen, als ich hier geguckt habe. Nee, ähm, ja, nee, ich verstehe deine ganzen, äh, Worte, auch die persönlichen gehen mir genauso. Also, ähm, ich habe auch, ja, extrem Alkohol reduziert in den letzten Jahren. Also, irgendwie zwischen 17, 18 und Mitte 20 war ich gefühlt jedes Wochenende blau und manchmal auch dazwischen. Also, äh, meine harte Feierzeit war auch sehr extrem. So, äh, Blackouts und Filmrisse habe ich, glaube ich, mehr als Finger auf jeden Fall mindestens. Vielleicht auch sogar als zehn. Von daher, das verstehe ich alles. Also, ich kenne auch jede Seite vom Alkohol irgendwie. Und, ähm, kenne auch, also weiß auch gut genug, was es mit Leuten macht und so weiter. Und, ja, stimme ich dir komplett zu. Aber ich finde halt, ähm, also für mich hat der Film einen anderen Eindruck unterlassen als bei dir. Komplett einen anderen sogar. Also, selbst das Ende. Weil ich finde nämlich überhaupt nicht, dass der Film, der nimmt eigentlich gar keine Haltung ein. Was ich nämlich, und das finde ich nämlich gut. Meiner Ansicht nach hat der Film gar keine Aussage zu Alkohol. Will er auch gar nicht treffen. Weil letzten Endes ist der Film für mich einfach nur eine Bestandsaufnahme von Menschen, die Alkohol konsumieren. Was einfach nun mal, ich habe keine Prozentangaben, aber mit Sicherheit mehr als die Hälfte der Menschheit gefühlt tut. Und der zeigt halt alle Möglichkeiten, die Alkohol irgendwie hat. Auf gute und schlechte Weise. Also, es sind ja nicht nur zwei Medaillen und auch nicht schwarz, weil ich finde, der Film ist, also, wie ja, der Film ist schwarz-weiß und noch Alkohol ist ja schwarz-weiß. Sondern für mich hat der Film eher halt gezeigt, ja, dass das Alkohol einfach super viele Facetten hat. Und zwar nicht nur einfach aufgrund des Alkohols selbst, sondern auch in Bezug auf, wer ihn trinkt, ja. Weil ich finde, der Film ist halt eher so eine Charakterstudie, aber ja auch darüber, mit welchen Vorerfahrungen gehen die Menschen da in Alkohol. Mit welchen persönlichen und psychischen Zuständen gehen die Menschen in den Alkohol rein, ja. Sind sie vorher schon leicht depressiv oder verstimmt oder haben sie schon Probleme im Leben oder stehen sie mit dem Leben, haben eigentlich alles und gehen dann in dieses Experiment rein. Und es kommt halt immer darauf an, ja, wer den Alkohol konsumiert und mit welchen Voraussetzungen und so weiter. Und ich finde, das bildet der Film halt alles ab. Und ja, klar, das hat so eine gewisse Aktstruktur, dem Motto, erst funktioniert's, dann natürlich wieder nicht. Beziehungsweise dann eskaliert's, dann wird's schlimm und so weiter. Aber ich finde, in den Details steckt da halt viel mehr, weil ich finde halt, die Charaktere machen halt einerseits viel mit sich selbst aus. Gerade Mats Mikkelsen, der natürlich die Hauptscreen-Time bekommt, weil er der Hauptdarsteller ist. Ich finde aber auch, die anderen bekommen da genug Facetten irgendwie mit. Und ich finde eh allgemein die Männerrunde super cool. Auch wie sie spielt halt vor allem. Ich finde das beeindruckend, wie sie die Besoffenen spielen. Finde ich mega authentisch. Und zum einen machen sie Sachen halt mit sich aus, aber dann eben auch mit der Umwelt, vor allem eben mit Partnerinnen und so. Das hat ja Einfluss darauf. Und gleichzeitig eben siehst du aber auch halt zum Beispiel, wie Alkohol in Generationen funktioniert. Ja, also hier hast du irgendwie die Mit-40er mindestens mal, vielleicht sogar schon älter, die halt dieses Experiment durchführen. Dann siehst du halt irgendwie die Schüler, die halt diese Saufspiele machen oder am Ende ihren Abschluss zelebrieren, die Alkohol rein halt als Party-Anheizer nutzen. Ja, und dazwischen hast du irgendwie eine kaputte Ehe, die halt versucht mit Alkohol zu retten wird. Dazwischen hast du halt Leute, die versuchen ihren Job dadurch besser zu machen. Also ich finde, das für mich war halt das Faszinierende in dem Film, dass er eben nicht wertet, sondern er zeigt halt Alkohol einfach, es ist halt da. Jeder kann ihn quasi nutzen, in welche Richtung auch immer. Und es hängt halt nicht am Alkohol prinzipiell erstmal auch, was damit passiert oder was das Menschen macht, sondern auch der Mensch selbst, was der Mensch selbst überhaupt mitbringt, um was daraus zu machen. Oder was damit, was der Alkohol mit ihm anstellt so. Und ich finde, das ging in so viele Richtungen und das fand ich daran so spannend, dass einfach, klar sind die Erkenntnisse nicht neu, aber ich fand, für mich war der Film jetzt auch nicht dafür da, um hier eine Erkenntnis zu bringen, sondern er wollte halt einfach so ein Status Quo mal zeigen. Und vor allem finde ich halt der Film halt unfassbar viel Gefühl. Ich fand den Film so krass gefühlvoll. In der finalen Szene, wo ich mich verzwickelst, wo er da auf diesem Platz tanzt, da hatte ich Tränen in den Augen. Ich fand den so krass emotional, der Film, der hat mich so unfassbar gepackt so. Also ich fand den auf so einer Gefühlsebene, fand ich den unfassbar stark. So, das waren so die Punkte, die mich an dem Film so fasziniert einfach haben. Vielleicht hätte dann die Dialoge in Versform sein müssen, damit es mich nicht packt. Ja, Shake ist Bier. Entschuldigung. Der kam flach. Aber ich verstehe deinen Gedanken, ich verstehe deine Punkte komplett, absolut. Es ist halt, ja, das mit der Bestandsaufnahme, das gebe ich dir, das macht der Film, aber auch hier wieder so, ja, ist halt nett, hätte aber auch irgendwie, also hätte ich jetzt zum Beispiel einfach nicht gebraucht. Es ist nichts, was mich irgendwo abholt. So in dem Sinne. Und ich finde schon durchaus, dass der Film wertend ist, alleine dadurch, was mit bestimmten Figuren passiert. Weil, um halt dieses nüchtern Ding, diesen nüchternen Gedanken irgendwie aufzunehmen. Auch wenn der Film über weite Stellen halt sehr nüchtern das Ganze inszeniert, es passieren ja trotzdem dramaturgische Highlights. Und das sind dann die, die irgendwo Eindrücke hinterlassen. Und das sind eben dann eben auch die, durch die Meinungen irgendwie gefestigt werden, beziehungsweise durch die eine Message transportiert wird. Und da sehe ich das dann nicht so, dass der Film keine Haltung hat, sondern da sehe ich dann doch schon, dass dann eher der Film in die Richtung geht, dass er sagt, so, ah, Mengen sind vielleicht nicht so gut. Ja, natürlich, aber wie du schon gesagt hast, das ist ja jedem klar. Oder sollte jedem klar sein. Und dann halt weitergedacht, so, warum muss ich mir das dann zwei Stunden angucken, um zu dieser Erkenntnis zu kommen? Wie gesagt, das habe ich ja gesagt, genau, das war ja mein Punkt. Für mich war halt nicht die Erkenntnis das Ziel, sondern die Gefühlsebene der Figuren das Ziel. Aber wenn die dich nicht erreicht hat, dann ist das halt schon das grundlegende Problem. Ja. Ja. Also wie gesagt, ich finde den Film durchaus sehr gut guckbar. Ich hatte meinen Spaß, also so viel Spaß, wie man mit sowas halt haben kann. Aber ich reihe mich halt nicht in die Jubelschreie ein. Ja, völlig fein. Gut. Einfach, um den Flow weiter zu behalten, würde ich dir jetzt tatsächlich als allererstes einmal den Film fürs nächste Mal geben wollen. Bitte. Denn ich hatte den Film tatsächlich so ein bisschen vergessen. Aber ich dachte mir, um hier so eine kleine Reihe aufrecht zu erhalten, könnte man den jetzt sehr gut nehmen. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, wir werden vielleicht beim nächsten Mal von dir ein bisschen mehr zum Thema Lars von Trier, Thomas Winterberg, Talkma 95 hören. Ach so, okay. Ja, klar. Also das Fest gucke ich mir an. Genau. Das Regie-Debüt von Thomas Winterberg. Ja. Dann Winterberg an wir weiter. Wieso sieht der eine auf dem Plakat aus wie Thomas Kretschmann? Nee. Keine Ahnung. Den Film haben wir damals ... Ist das das? Nee. Ist ein dänischer Cast auch wahrscheinlich. Genau. Den haben wir damals in der Film-AG geguckt in der Schule. Und ist ein toller Film. Ich finde den großartig. Ich habe den jetzt auch sehr lange nicht mehr gesehen, aber trotzdem kann ich mich an einige, ja, Storybeats durchaus erinnern, die enormen Eindruck hinterlassen haben. Okay. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was du zu dem sagst. Der links sieht aus wie Frank Thelen. Was ist da los auf dem Plakat? Na, egal. Ja, ich bin gespannt. Ich habe Bock. Also jetzt nach der Rausch auf jeden Fall sowieso. Wollten wir eben mehr von Winterberg gucken. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Geht, wie geht der Tonal welche Richtung? Ähnlich? Oder ganz anders? Deutlich, also schon dramatischer. Dramatischer, okay. Ja. Es ist deutlich leichter dem Drama-Genre irgendwie zuzuordnen. Ach, Ulrich Thomsen ist das. Ah, okay, ja klar. Wir hatten ja durchaus davor, hatten wir eine kleine Diskussion, bei der du meintest so, ich werde dich jetzt richtig ärgern. Und ich sollte ja raten, in welche Richtung oder welcher Film. Genau, meine Rache kommt spät, aber sie kommt heute. Weil da habe ich mir jetzt gedacht, nach der heutigen Folge jetzt quasi als Überleitung, diesen Moment der Rache kriege ich nie wieder. Deswegen muss ich ihn halt benutzen. Und du meintest beim Stichwort Ballern, dass das durchaus auf deinen nächsten Schaubefehl hinweisen könnte. Habe ich Ballern nicht gesagt, alles einfach als, ich habe gesagt, wir könnten unsere heutige Folge einfach Ballern nennen. Und du meintest aber auch, dass das auch durchaus auf den nächsten Filmen zutreffen könnte. Auch, ja, doch auch. Und ich weiß, du hast dich mit einem bestimmten Regisseur aufgrund eines neuen Films ein bisschen, ja, beschäftigt. Deswegen vermute ich, dass ich als nächstes Postal von Uwe Boll bekomme. Gute Tipp, auch gute Idee. Muss ich nochmal eine Liste aufnehmen, aber nein. Okay, okay, okay. Aber nein. Hast du noch einen Guess? Ich bin sehr überzeugt davon, dass du nicht drauf kommen wirst, aber du kannst gerne nochmal raten. Nee, nee, das war tatsächlich ... Das war dein heißer Tipp oder was? Genau, aber die Herleitung war gut. Die Herleitung war nicht schlecht. Postal, auch gute Idee. Kommt bestimmt irgendwann mal. Aber nee, wir machen es viel auf. Ist mir, glaube ich, lieber als Hanau. Ja, definitiv ja. Deswegen ist es einfach noch ein Film und nicht ein komplettes Debakel. Nein, wir machen es viel offensichtlicher, denn du als großer Shakespeare-Fan, ich möchte dir was Gutes tun heute. Gnomeo und Julia. Du guckst bitte mal das hier. Was zum Fick. Da musst du mir dringend helfen, den irgendwie zu finden anscheinend. Gib ich dir. Alles klar. Tromeo and Juliet. Die Troma-Version von Romeo und Julia, im selben Jahr rausgekommen, wie der Film, den du mir gegeben hast, Romeo und Julia von 96. Nämlich quasi als Trash-Antwort darauf, aus dem großartigen Troma-Studio, die so tolle Filme hervorbracht haben, wie Toxic Avenger oder auch Surf-Nazis Must Die. Man könnte meinen, Troma war der Vorgänger von Asylum. Nein. Weil Troma-Filme haben trotzdem auf ihre Weise Anspruch. Es ist eine High-Class-Trash-Produktionsschmiede, während Asylum ja wirklich einfach nur Müll macht, die sich einfach mit Hollywood-ähnlichen Mockbuster-Titeln vermarkten können. Ja klar, es war jetzt nur dieses, ah, es ist im gleichen Jahr rausgekommen. Das ist mit Sicherheit ein Zufall, Zwingi-Troma. Natürlich nicht. Also in dem Sinne, das ist ein Asylum-Move sicherlich, ja. Aber es ist von der Qualität her was anderes, sagen wir mal. Ich möchte jetzt sagen, ja doch, besser schon. Aber, naja, ist was zu sehen. Hast du Berührungspunkte schon mit Troma überhaupt? Nein, überhaupt nicht. Oh mein Gott, das wird so gut und das als Einstieg, das wird toll. Ich geb dir schon mal den Ratcooki nicht mit deiner Verlobten. Ja, das dachte ich mir schon. Also ich bin mir, es gibt auf jeden Fall mehr Brüste in dem Film als Perücken in der, äh, in der, ähm, Buzz Lerman-Version. Naja, also damit hat meine Verlobte jetzt keine Probleme. Aber mit Gore. Nee, tatsächlich, Gore hat sie kein Problem, eher halt mit Horgor. Also mit, äh, Angst. Dann könnte sie ihn, glaub ich, dann doch mitgucken, aber ich glaub, sie würde trotzdem freiwillig 80 Minuten in den Raum verlassen. Ah ja, okay. Ja, ist das ein Trash-Film, natürlich wird sie das. Ja. Oh Gott, ich bin so gespannt. Du wirst es so hassen. Weil, 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 weil ich bin, ich bin wirklich gespannt tatsächlich, weil, also, der, der, der Film hält sich trotzdem an die Vorlage, so ist es nicht. Er ist halt nur komplett absurd. Und du weißt, ich mag Trash. Vielleicht, also Marco, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt und jetzt vor allem, äh, ich dachte, du kennst zumindest irgendwas von Troma schon. Wenn das jetzt dein Einstieg in die Troma-Welt ist, oh mein Gott, das wird toll. Ich hatte nie so richtig die Muße, mal Toxie oder so zu gucken. Ja. Kannst du auch auf die Liste tun. Kann ich auf die Liste. Ja, ich mein, der lief ja schon mal bei Schlefatz tatsächlich, aber da war er geschnitten, weil der ja immer noch indiziert ist tatsächlich. Mhm. Auch völliger Schwachsinn auch. Da haben sie sich auch durchaus, ähm, hat, äh, Kyle Kofel, glaube ich, sich auch mal in einem Interview zugeäußert. Ja. Zu dem Thema. Heute läuft Sadness im Kino und die bringen nicht immer langsam Toxie-Anker draus. Das liegt auch nur daran, weil sich keiner der Lizenz mal annehmen will und das mal prüfen lassen will für Geld. Einfach bei Netflix bringen. Das wird ja, ich glaube, ich hab schon so die Uhr gestellt, weil, äh, es wird ja gerade an einem Toxic Avengers, ähm, Remake gearbeitet. Ich wette, wenn der kommt, dann werden sie auch noch mal die alten angreifen dann als, 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 als Re-Releases, bin ich mir sicher. Aber vorher gönne ich mir Tromio und Juliet. Ähm, ja, dann, also, würde mich mal interessieren, was es noch so für absurde Versionen gibt, weil es gibt ja Gnome und Julia als. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Als Animationsfilm müsste man eigentlich, werde ich mal gucken, ob ich vorher die Zeit habe, mal zu recherchieren, was es noch so für absurde Romeo und Julia Versionen gibt. Es gibt auch hundertprozentig irgendwelche Auflistungen im Netz, die man da mal ranziehen kann. Ich glaube, die Mühe hat sich bestimmt schon mal irgendjemand gemacht. Im Zweifelsfall, ich wette, es gibt hundertprozentig eine Letterbox-Liste, wo jemand irgendwie alle Romy-Dude-Verfilmungen überhaupt hundertprozentig auflistet hat. Da wirst du bestimmt fündig. Alles klar. Dann beim nächsten Mal Tromio und Juliet und das Fest. Ich bin sehr gespannt. Wo gibt's das Fest? Gibt's den Stream? Nein, leider nicht. Okay. Da musst du dann auf die typischen irgendwie Apple Plus oder Amazon. Okay, ja, ja, okay, easy. Also kann man leihen, aber nicht in der Flatrate. Genau. Ja. Also wer mitgucken will, muss dann selber schauen. Und bei Tromio und Julia, ja, das Gleiche. Also ich hab die DVD, die werde ich mal zu leihen. Wenn ihr den auch mitgucken wollt, liebe ZuhörerInnen, dann müsst ihr euch mal selber umschauen. Bei irgendwelchen, dem typischen DVD-Händlern eures Vertrauens gibt's dem jetzt sicher halt irgendwie. Da braucht ihr auch keine 4K-Version, gibt's nämlich auch keine. Denn die Bildqualität hat VHS-Niveau, liebe Freundinnen und Freunde. Ja. Ich hab Bock. Ich bin gespannt. Alles klar. Dann haben wir's. Super. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Wenn ihr mit uns über die Filme reden wollt, die wir so besprechen, kommt gerne auf dem Discord-Server der Podriders. Da wird sehr, sehr viel über Filme geredet in erster Linie. Wobei auch heute unser Food-Channel wieder ordentlich aktiv war. Auch diese Hochzeits-Essensbilder. Furchtbar. Also im positiven Sinne furchtbar. Willen wir gleich mitessen. Wird auch spannend im August bei mir. Wupp, wupp. Und ansonsten würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn ihr uns Feedback da lasst in jeder möglichen Form. Und sei es nur bei Spotify eine Sternewertung. Aber darüber freuen wir uns auch jedes Mal. Und den Discord-Link natürlich in den Show Notes unten. Ist mir mal aufgefallen bei einem anderen Projekt, manchen Leuten muss man erklären, was Show Notes sind. Ja, ich weiß, aber das ist halt Spotify und Co. schuld. Weil die halt einfach, als sie in den Markt eingestiegen sind und das Podcast-Game halt übernommen haben, haben sie einfach halt nach ihren eigenen Regeln gespielt. Und sich halt nicht so an die Podcast, Oldschool-Podcast-Regeln gehalten. Deswegen werden Show Notes, es gibt ja, es gibt sogar ja Podcatcher, wie zum Beispiel, wie heißt der von RTL nochmal, Audio Now, die spielen die Show Notes nicht mal aus. Also die haben nicht mal ein Feld dafür. Also deswegen, das liegt ein bisschen leider daran. Die breite Masse draußen, die jetzt eben Podcasts seit ein paar Jahren jetzt hört, die wurden natürlich durch die Massenmedien angefüttert, was auch gar nicht verwerflich ist. Alles cool, wir sind froh, dass ihr da seid. Aber ja, Show Notes sind halt richtig Podcast-Oldschool und wenn halt die Player, die Großen, die Mainstream-Player, das unterstützen, wie sollen die Leute das dann wissen? Von daher, das ist ein bisschen daran geschuldet. Solltet ihr uns hier bei Podcast Addict oder bei Spotify oder so hören, dann müsst ihr tatsächlich auf die Folge klicken und die euch ganz anzeigen lassen. Da findet ihr nämlich so tolle Folgenbeschreibungen, die André immer fertig macht und tatsächlich dann auch die Links, die man irgendwie braucht. Genau, da sind auch Links zur Letterboxd drin, wo die Filme, also wo ihr Infos für den Film findet, Filmtrailer auch und so weiter. Also genau. Und wenn ihr tatsächlich irgendeinen Podcatcher nutzt, wo es keine Show Notes gibt, dann müsst ihr auf www.podriders.de gehen, auf unsere Website. Und da eben unter Schaubefehl, da sind ja auch in den Episoden drin, die Show Notes, dann müsst ihr über die Webseite gehen sonst. Jetzt haben wir schon wieder sehr lange nicht mehr über Filme geredet. Genau. Zeit zum Schluss zu kommen. Richtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Und es war mir wie immer ein Fest. Es war ein richtiges Fest. Rauschhaft war es. Ja. Und beim nächsten Mal wird es noch besser. Wie immer. Wie immer, genau. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020